Wir tippen ja auch immer ganz fleißig. Ich möchte euch mal kurz anmerken, ich führe. Ich wollte dir einen Vorsprung geben. Sehr nett von dir. Damit du mit viel Selbstvertrauen in die heutige Folge kommst. Hast du deine Tipps auch vorbereitet oder machst du das jetzt spontan? Nein, ich mache das spontan, je nachdem, welche Tressen fahre, wenn mir besser gefällt. Kathi sucht noch ihre Tipps. Da merkt man, wie strategisch du das Ganze anlegst. Deswegen führe ich 2-0 aktuell. Wie hat Niverski gespielt am Wochenende? Das musst du wissen. Du machst das alles mit Statistiken. Und tiefgehenden Überlegungen. Ich möchte das nur noch mal kurz überlegen. Strategische Überlegungen. Ja, ja. Das macht sie gar nicht so wach wie hier. Also mich jetzt auch interessiert im Chat, weil Ben ist so der Typ, der tippt aus dem Bauch heraus. Und ich bin so der Typ. Ich schaue mal die letzten Spiele an, ich schaue mal die Statistiken an, ich schaue mal den Vergleich an, wie oft sie aufeinander getroffen sind und so weiter. Schreibt es mir in den Chat, welcher Typ seid ihr beim Tippen?